Hi Ho und Willkommen zum Mund Abstand Kreaten. Ich schäme mich. Aber hey, ich tue es wenigstens in einem Kleid mit Würde. Das ist das Kleid, das mein Papa mir zum Geburtstag ausgesucht hat. Kurzer Moment, das... Ja, wenn schon alles andere an dem Video würdelos ist, dann lese ich das zumindest. Also, mein letztes Video in diesem Monat, weil wir 5 Wochen haben, was echt keiner heute kommen sehen... Naja, außer jemand, der einen Kalender hat. Also jeder. Habe ich mir gedacht, ich zeige euch ein kleines Kochvideo. Und dafür brauchen wir ganz wenige Sachen. Aber Elena, wie es ihr halt so ist, ihr kennt mich, hat natürlich mal wieder Vorbereitungen. Minus 10.000 und vergisst die einzige richtige Sache. Ich habe den Kawa vergessen. Das ist... Hunanini. Hab dich, liebe Mami. So. Wir machen Schokomilch. Mit Sahne. Weil es gut tut. Im Winter. Also. Hier haben wir Kawa. Und jetzt nehme ich euch ein Stück weiter nach unten. Dann seht ihr zwar nur noch meinen Vorbau, aber dann seht ihr wenigstens auch, was da unten passiert. So. Und wir nehmen nach unten. Und da sind die Sachen. So. Bitte. Und mein Bauch. Na brab. Egal. Das ist... Also. Oh! Ich kann euch mal meine... Das ist eine meiner stolzsten Sachen. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren einen Löffel gekriegt von Kawa. Ne, von Kellogg's. Da bin ich voll stolz noch heute drauf. So. Gut. Hier ist die Milch aus dem Milchschäumer. Der macht nämlich auch Milch super warm. Ich mache euch mal ein Stückchen nach oben. Da sieht man zwar mehr von unserem Chaos hier. Aber ich sehe es drum. Der Vorteil ist, das ist Nacht. Der sieht man nicht draußen. Also. Wenn ihr Kawa macht, die erste und wichtigste Frage, die ihr einer Person, falls ihr jemanden beim Mittrinken habt, stellen solltet, ist... Wie viele Löffelchen möchtest du denn? Einen, bitte. Einen Löffelchen möchte. Mama. Mama nimmt ein Löffelchen. Ich nehme drei Löffelchen. Und weil ich es nicht mit ungeraden Zahlen habe, nehme ich vier. Weil... Ja. Viel hilft viel, ne? Die fünf Sekunden Regel. Die kennt glaub jeder. Wenn es nach fünf Sekunden runterfallen und aufgehoben wird, dann ist es nicht dreckig. Ich mach mal kurz mein T-Shirt zu. Ich fühle mich irgendwie nackig. Ich mach's auch nicht. Ist ganz komisch. Ist das irgendwie... Das ist glaub so... Ja. Gut. Und schon sieht's auch ein bisschen flacher aus. So. Den Deckel runter. Und die Milch rein. In die Tassen. Jeweils. So. Wer großzügig ist, gibt dem Gast zuerst. Wer ein Ego ist, nimmt selbst. Hätte ich es abgemessen. Habe ich aber nicht. Wirklich nicht. Toll. Ich bin gerade begeistert von mir selber. So. Dann... Macht's dir was, wenn ich mit meinem Würfel auch in deinem rühre? Nein. Gut. Das ist natürlich auch so eine Frage, die man stellen sollte. Weil manche Leute mögen das nicht, wenn man Löffel teilt. Mein Papa zum Beispiel. Der ist total heikel. Was nicht heißt, dass er nicht mit mir was teilt. Ich meine, so oft wie ich seine Sachen abschlötze. Das ist so ein Prinzipchen-Ding. Ich geb's zu. So. Jetzt kommen wir mal zu Teil. Möchtest du einen Sirup reinhaben? Wir haben Haselnuss. Ananas. Weil... Wer es exotisch mag. Aber da... Da kommt keine Begeisterung drauf. Und Zimt. Haselnuss. Gut. Einen... Einen... Möchtest du einen Teelöffel? Hm. Gut. Ja. Ich trinke. Hm. Ich für meinen Teil. Ich nehm glaub. So. Ja. Es ist schon immer von quer. Fast gleich weh drin. Fast gleich weh drin. Ja. Zwangsneurosen lassen grüßen. Ja. Rühren. Und rühren. Und dann kann man den Löffel schon weg tun. Und dann erfreuen wir uns an der Erfindung der Sprüh Sahne. Und jetzt ein Tipp. Das ist tatsächlich ein Tipp von mir. Für alle, die jünger sind, als man sollte Schere in die Hand nehmen. Fragt eure Eltern. Diese Dinger hier, die sind unglaublich schwer zu knacken. Also einfach mit der Schere schnibbeln. So. Fertig. Möchtest du viel oder wenig Sahne? Ich frag dich nur vom... Gut. Du wirst viel. 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 Und fertig ist die Sahne. Und dann? Freundlich gebt immer erst dem, der mitgebt. Hier ist heiß. Vorsicht. Komm bitte. Vielen Dank. Ja. Und wenn ihr dann eine Mami habt, dann seid ihr die Mami. Seht intelligent und wartet, bis Mami fertig ist mit ihrem Ding. Und lasst sie dann die Reste wegräumen. So. Nach dem Motto. Ich hab die Kamera gemacht. Dann kannst du doch bieten. Bieten. Also. Wichtig bei Sprüh Sahne Fertiger. Ist, dass ihr erst mal dieses Ding hier auswascht. Weil sonst habt ihr den Schimmel. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Sieht so aus. Ich hoffe es jetzt mal. So. Und ich trockne es dann immer so ein bisschen ab. Weil ich einfach... Damit es nicht so nass ins Ding kommt. Und sonst hat man da so Rostreste. Eigentlich so nicht. So. Stup stup. Du Mama. Zum Probieren sollte man schon da bleiben. Das ist cool, weil du das erkränzt. Du hast noch nicht probiert. Ja. Es ist lieb, dass du wieder kommst. Das weiß ich zu schätzen. So. Also. Ich mach euch jetzt nach oben. Auch wenn es einen fetten Hals gibt. Zum Wohle. Zum Wohl. Mhm. 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 Ja. Auf jeden Fall. So könnt ihr schnell und einfach einen leckeren Kaba zubereiten. Es gibt natürlich auch noch anstrengendere Varianten, wo ihr die Schokolade selber schmelzen könnt. Aber wegen meiner Erdnussallergie kann ich das nicht mehr. Weil oft in Schokolade Erdnuss drin ist. Das ist Künstlerpech. Gut. Ja. Das war mein Kochvideo für dieses Mal. Ich hoffe, mein nächstes Kochvideo wird wieder ein bisschen, sagen wir mal, mit mehr Mühe verbunden. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.